Ja, gut, dass ich um das Klapperschlangen-Problem beim letzten Mal gekümmert wurde. Leute, willkommen zurück zu Deadly Creatures. Ja, aber es ist nicht so toll, dass ich jetzt echt das Problem habe, dass ich hier nicht alle Maden gefunden habe. Ach, Mann. Ich war doch so gründlich. Wo soll ich denn denn verpasst haben? Ja, sowas wurmt einen dann. Aber egal, Leute, wir werden später, ne, greifen wir einfach auf alle Kapitel einzeln nochmal zu. Dann mache ich da irgendwie nochmal zum Ende in so einen schönen Schnibbelpart bei allen, mit allen, die ich da irgendwie verjessen habe oder so. Da kann ich mich irgendwie nochmal hier... Vielleicht lacht die mich ja hier irgendwo an. Wisst ihr, dass man sich nicht einstellt, aber man woraus spinnetzt und dann zack will man... Ey, doch, da. Cool. Ja, ich glaube aber nicht. Ne, ne, ne. Vielleicht habe ich die ganz am Anfang verjessen, wisst du. Oder irgendwo bin ich durch den Tunnel durchgekrabbelt und dann... Oh, da hätte ich jetzt eigentlich mal genauer hingucken müssen. Hast du nicht gemacht, wa? Tja. Verkackt. Okay, oder? Deshalb würde ich die da... Ich glaube aber nicht. Das ist irgendein Grafikfehler. So, weil die Sonne hier so durchscheint. Leute, hauen wir ab. Egal, es geht weiter mit dem Skorpion. Mal gucken, was der inzwischen macht. Ne, der ist ja da gerade so von diesem komischen Komodo-Waran oder was der für ein Vieh war. Einfach entkommen. Und jetzt ist er wieder unter der Erde, oder was? Nächstes Kapitel. Ja, die Menschen sind auch gut dabei, ne? Alter, die Zitadelle. Hier wird es wieder vier Blattschrecken geben für den Skorpion. Und wir müssen am Ende, weil ich ja eine jetzt hier verpasst habe, wenn wir hier alle Maden haben, müsste ich bei 155 sein. Weil es hier gar nicht so viele gibt, ey. Hier gibt es nur 34. Okay, genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Genau wie alles noch zugeschüttet. Schwein gehabt haben. So. Skorpionians, ruhig. Krabbeln wir uns erstmal in die Freiheit. Genau so sieht es erstmal aus hier. So. Und wir sind jetzt wohl... Oh, oh, Leute. Wir sind jetzt in dem Anfangsgebiet, wo wir mit der Tarantel waren. Also natürlich ist das ja alles wieder anders. Und komischerweise sind Maden wieder neue da. Hier haben wir gegen eine Spinne gefaltet. Leute, wisst ihr das alles noch? Wisst ihr das noch? So. Mam, mam, mam. Da oben klebt auch eine Made dran. Wieder so fies hinter der Ecke. Okay. Das ist so ein vertrautes Gebiet. Da weiß ich ja ungefähr, wo ich überall hingucken muss. Um ja nichts zu verpassen. Und dadurch haben wir ja hier auch mit der Tarantel ganz viele Buddellöcher gesehen. Und die können wir jetzt alle mal angucken. Alter. Wow. Halt. Wo willst du hin? Hier. Ich steche dich. Ih, was zum. Äh. Leute, das ist so ein komischer Stinkelkäfer. Der, 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 der mit Gift schießt. Ih, na toll. Jetzt auch noch so ein Quatsch. Na, gut, ich muss wohin? Ich muss da lang weiter. Also ist das hier optional. Ja. So, wen haben wir jetzt hier? Hm? Ja, toll. Ist doch wieder raus. Also, erst mal hier gucken. Hallo. Alter, unter dem Baum. Alter, schön zugestochen. Zack, zack, zack. Oh, shit. Und zack, zack. Und zack, zack. Und zack, zack, zack. Alter, habt ihr die sehen hier? Richtig fieser Tarn-Skorpion hier. Oh. Au, je. Kommt, dich Mike unabblatt. Dich, Mike, platt. Zack, einer drin, gestochen. Ey, wollt's dich brutal. Boah, da fällt er zu Boden. Und zack, zack. Und zack, zack. So. Boah, wo war denn? Gerade habt ihr die sehen? Ich war gerade irgendwo draußen. Ja, nicht mehr unter der Höhle. Richtig komischer Fehler. So. Das ist eine normale Schrecke, ne? Aber okay. Ham, ham, ham. Snacky, snacky, snacky. Schön dreimal denn mitgenommen. Ich glaube, ich hätte hier schon vier. Cool, wir müssen noch 30. Ey, die hoffentlich finden die hier als wenigstens alle. Okay. Oh, Mann, komm her. Du brauchst aber keine Energie, aber ich will nicht. Oder ist das eine gelbe? Ne, das ist nur noch... Mann, jetzt frisst sie doch. Das ist eine normale. Okay. Ach, Mann, der ist trotzdem so lahm. Der Skorpionist, Mann, der wiegt bestimmt auch mehr als so eine Tarantel. So, raus. Raus, raus, raus. Okay, weiter gucken. An den Baum würde ich ein bisschen auch noch mehr reinrenieren wollen. Oh, mein Gott. Scheiße, Leute. Das passiert ja auch in echt. Das sind so komische Wespen, die halt ja echt, die halt ja echt so Taranteln betäuben und dann ihre Brut da drin ablegen. Cool, oder? Oh, man kann nicht blocken, indem die... das ist ja immerhin. Das ist ja immerhin. Das ist ja immerhin. Das ist ja immerhin. Ah, dringen sie in den Kaktus der Wegwespe ein. Ja, klar. Was soll ich denn da? Die können fliegen. Die killen mich. Aber okay. Gut, äh, anscheinend schmecken die so lecker, dass unser Skorpion sich denkt, da gehe ich mal genauer hingucken. So, da haben die mich aber jeden Fäsch, Alter. Boah, erst mal Fortschritt gespeichert beim Vorbeisausen. Sorry. Gleich noch mal. So. Nee. Okay. Also heute dafür in den Baum rein? Nee, glaube ich, ich muss dafür irgendwo rumklettern. Aber wir machen erst mal hier die anderen Wege. Die optionalen Wege. Oder war wieder so ein Stinkekäfer da oben, ey. Mann. Der Olle ist stinky. So, guck mal. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Hier kann man sie auch noch mal rinnen buddeln. Ja, aber erst mal. Hier war ja mit der Tarantel einfach nur ein Spinnennest. Ja, aber da jetzt keine Sorge mehr ist, äh. Obwohl, hier könnte ein Skorpion nur im Boden drin sein. Okay. Okay. Gürmisen, gürmisen. Na, drei Stück einfach hier snackt. Also nicht irgendwie auf dem Rückweg nochmal irgendwie. Ah! Ah! Alter! Oh, mir ist zerstochen, Alter. Nie. Alter, das ist ja was das für ein Skorpion. Guck mal, wie krass der aussieht. Zack! Oh! Ha! So. Nein, ich will nicht an der Wand. Dann falle ich nur runter. Das darf nicht sein. Alter, was macht er denn da? Oh, was? Oh, der ist betäubt. Geil, äh. Finisher, immer derselbe. Oh! Kommt auf den Gegner an. Was war das denn für ein Vieh, ey? Der sah gruselig aus. Oh, Move freigeschaltet. Hinterhalt! Graben Sie sich schnell im Sand oder in lockerer Erde ein, indem Sie die Wefair-Bedienung umdrehen. Sobald ein Feind sich nähert, können Sie die Wefair-Bedienung nach oben schwingen, um diesen aus dem Hinterhalt her anzugreifen. Wenn Sie nicht angreifen, kommen Sie nach einer Weile automatisch wieder nach oben. Ja, glaubt ihr das so geil ist? Das ist ja mega geil. Okay, gut. Dann greift ich das automatisch an, oder muss ich nur was machen? Warte mal, so. Jetzt einfach wieder... Alles klar, cool. Aber das ist so ein Move, den man jetzt nicht so oft benutzt. Aber geil. Kurz bei den Artgenossen gesehen, jetzt schon gleich selber anwenden. Hier sollte er auch noch optional sein. Ist das auch, ey. In den ganzen Maden. So, bitte jetzt nicht, dass auch wieder einer jetzt nach Hause kommt vom Weg. Was machst du mal in der Wohnung? Kommt nochmal so ein Skorpion hierin. Mann, ey. Ich will da was überleben. So, in den Baum soll ich tatsächlich nicht rein. Nee, ich soll tatsächlich erst mal... Dann gehe ich erst mal nochmal in den Baum rein. Weil da sind noch Maden und Termiten. So. So viel kann ich hier ähnlich machen. Der ist, glaube ich, auch zugeschüttet und so. Ich soll ja hier ja nicht hin. So. Hier nochmal gucken. Hier waren doch eigentlich überall Maden. Aber es ist ja gar nichts mehr. Oder ich soll vielleicht... Vielleicht soll ich erst recht über den Baum hier hingehen. Oh Mann, ey. Das ist schon wieder so eine Wespe. So, hier war ja eigentlich der Weg... Nee, das kann aber nicht sein. Wie war es da noch? Wartet mal, Leute. Das ist doch irgendwie komisch. Ich weiß aber, dass ich hier eigentlich noch nicht hin muss. Nee, der Weg sagt doch ganz woanders hin. Deswegen alles gut. Toll. Wie viel? Das sind die Verarschen. Äh. Da war ich jetzt mit dir... Komm mal runter hier. Okay. Am besten immer so ausweichen, dass man denn... Zack. Die schön zersticht. Okay. 150 Punkte, so ein Vieh. Ist das? Okay, alles klar. Ah. Komm runter. Komm, komm, komm. Ich muss erst mal landen. Njung. So. Nee, nee, nee. Okay, dann nicht. Scheiße, die ist so schnell. Scheiß Wegwespa, ey. Müsst du dir mal vorstellen, die betäuben einfach so... Taranteln, ey. Und fressen den richtig übel. Oh, er könnte gerade betäuben können. Kann ich den nochmal betäuben? Nee, sind wir gleich tot, ne? Alter, so ein 4-mal killen im Special-Move ist mir doch richtig geil. So, nam nam nam. So, okay. Ja, nee, das muss hier alles nur optional sein. Ich guck mal. Guck mal, jetzt kann man auch noch hier hoch. Ist hier noch eine Made. Fehlen bloß noch 20 Stück für dieses Kapitel. Din, din, din. Oh, ein I. Mit so Stinkekäfern, die mich abballern. Och, Mann. Din, 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 din. Das ist ja altoptional. Bei dir muss es irgendwas richtig geiles geben. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich hier. Die Musiker war zuerst hier killen. Ich habe auf jeden Fall hier schon gerade gesehen, hier ist eine Blattschrecke, eine Gold, ne? Din, 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 din. So, der Skorpion ist im Blick da ganz ruhig. Der ist ganz ruhig. Zack, boah, in die Stochen, din, 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 din. Vorm, Alter. So. So, so, so. Ah. Okay, soll ich den wieder finishen? Ich meine, das ist jetzt auch langsam im Buch lame. Das dauert so lange. Ich stich ihn einfach tot. Totstechen. Zack. Ich stich raus, sie klopft aus der Grube hier, ey. Boah. So. Ah, zwei von den vier Blattschrecken, die es hier gibt. Okay, gut. Eins. Ne, ne, ne. Ja, ja. Oh, ach so. Komm her. Komm. Ah, zwei. Und mein Instinkt sagt mir, hier muss ich nicht lang. Nein. Ich muss hier nicht lang. Mein Instinkt weiß ich nicht. Wieder zurück. Ich werde gerade schon durch die Dings hier durchgucken. können jetzt irgendwo eine Made. Ein Club auf der, ah, auf der anderen Seite. Ja, okay, gut. Sehr schön, Leute. Das war hier wirklich optional. Ein ganz schön weiter Weg optional, ne, aber. Ey, total lohnend. So, ich kann natürlich hier nicht durch die Strip durch. Nee. Sehr schön, den großen Weg zurück. Ah, vielleicht finde ich gerade noch eine Made auf dem Weg, die ich jetzt gerade übersehen habe. Sieht aber nicht so aus. So, Leute, ihr habt ja gerade gesehen, ne. Also, wer genau hingeguckt hat, guck mal, hier ist ja noch. Hier ist ja, der Schwanz ist im Weg. Hier ist ja noch so ein Spinnennetz. Das heißt, wir werden auch mit der Tarantel nochmal hierher zurückkommen. Aber wie soll das denn nur geschehen, Leute? Wie? Ich meine, Mann, wir sind klein. Wir können jetzt nicht so viele Kilometer zurücklegen, muss man auch mal ehrlich sagen, ne. Was glaubt ihr denn, wo wir überall lang rennen? So pro Part fünf Kilometer zurücklegen? Nee, nicht in dieser Größe in Ordnung. Na, komm her. Obwohl ich voller Energie bin, das wäre nur Verschwendung. Aber ich liebe es, Sachen zu verschwenden. Komm her. Na, komm her. So, weg ist. Nee. Kann ich hier einfach hoch? Ja. Sehr schön. Oh, war ja. Na, den mach ich aber echt platt. Die Käfer halten nicht aus. Die können halt so fies schießen. Das ist nicht nett. So, Made gesnackt. Das war richtig köstlich. Einfach verköstigt. Was hab ich da irgendwie noch? Wann, hab ich das da gerade noch eine Made da oben gesehen? Nee. Von da kam die Spinne seinerzeit raus. Okay, dann gehen wir weiter dem Pfeil nach. Auch nochmal aller anderen Wege nachgehen. Wollen wir so an der Wand irgendwie so, ne? Hm? Na? Irgendwatt noch? Nö. Okay, aber ich hab keinen Bock noch auf noch mehr Wespen, ey. Aber die brauchen bloß ein bisschen mehr Geduld. Da passt man einfach nur drauf auf. Oh, guck mal hier, die dritte. Die dritte goldene. Ah, ei. Die dritte goldene Blattschrecke. Die hat die erst mal vor mir wegraut. Was willst du, wo willst du denn hin? Ey. Ey, das ist immer... Ich glaube, die lockt mich sogar erst mal zum optionalen Gebiet. Hm. Doch nicht zum optionalen Gebiet. Okay. Na, komm her. So, Nummer drei. Perfekt. So, und dann, äh... Ja, und jetzt? Hier ist es erst mal vorbei. Da muss ich mich durchbuddeln. Maiko gleich. Dann hab ich hier noch eine Made und ich muss anscheinend über diese Dornen rüber. Ah, ja, ich erinnere mich, Leute. Wartet mal ab. So, kann ich hier... Kann ich hier eigentlich hoch? Wartet. Na, oh. Erst mal hier hoch. Die Made natürlich noch mitnehmen. So, hier kann ich über den Riss natürlich nicht rüber. Oh, warte, jetzt schon wieder. Yeah, neue Galerie freigeschaltet. Galerie Nummer drei. So, bei denen muss ich noch mal aufpassen, damit den Maden... Kann ich über die Risse rüber? Wisst ihr, snackt ihn doch einfach halt schnell. Oh. Mach doch einfach eine lange Schere oder so. Einfach, hm, langen Arm machen? Nö. Will er nicht. Ja, da, 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 da. Okay, okay. Ich grab mich da gleich hin. Aber hier hab's noch eine Sackgasse, die ich vorher nochmal prüfen möchte. Die ich auch prüfen muss. Und ich muss wieder kämpfen, Leute. Ich muss kämpfen. Ist hier noch wieder eine neue raufgespawnt? Nee. Ja. Hau bloß ab. Komm, ich will die mal geil finishen, ey. Oh, haben sie. Ist ja schwach genug. Oh, nee, ich hab sie direkt getötet. Ey, der Stachel ist echt stark. So, mit dem Stachel so zustechen, ey, da ist ja kein Finish haben wir nötig. Aber ich will jetzt auch nochmal sehen, wie das war. Ah, nee, okay, gut. Hier geht's auch nirgendwo lang. Instinkt sagt, nein. Gehen sie da mal nicht lang, Sir. Okay. Dann kommen wir dahin, wo wir hinmüssten. Das wird so mal ein bisschen tricky, ey. Jetzt wird man mal sehen, wie ja, wie schlau so ein Tier denn doch sein kann, ne? Wir probieren Lösungen im Insektenreich, Anarachnuridenreich, ey, kein Ding. Jetzt erst mal hier. So, ich will über die Dornen rüberkommen, tja. Da kann auch so ein Tier mal kreativ werden. Obwohl, eigentlich nicht, ne? Aber ey, wir sind besondere Tiere. Erst mal loden. Please loden. Danke. Wie viele Wespen ich schon plattgemacht habe, ey. Und noch nie den Hinterhalt-Move benutzt. Nicht so effektiv jedenfalls. Aber der ist doch eh kacke. Der ist nicht so geil, Leute. So. Guck mal, da kann ich ja auch nochmal hin. Ne, wo bin ich denn jetzt? Ich bin ja... Oh, oh. Wieder in einer fetten Arena. Ah, war ja jetzt echt gegen so ein Gecko. Oh, Mann. Alter, der blutet sogar richtig. Nicht mehr irgendwie gelber Käfersaft oder so? Ne, ne. Oh, Alter, auf jeden Fall boxte, ey. Oh, Mann. Ja. Ja. Ja, ja. Mhm. Na, da kommt noch eine. Du, du, du. Habt ihr das gesehen? Maximale Angriffskraft erhöht. Sehr schön. Auch für unseren Skogno-Freund. Der sitzt ja noch schnell dauer. Ah, der, wenn der den Anlauf nimmt, der muss man da aufpassen. Das ist einfach nur geil. Oh! Und jetzt ist... Ah! Ah! Oh! Mann, das geht doch gar nicht. Das ist einfach so brutal. Viel zu brutal. Ich komme mir selber schon richtig schuldig vor. Aber auch umso geiler. Ich werde schon in den Schädel hier rinnen. Ja, lecker mal. So ein bisschen ausruhen. Ein bisschen nachtanken. So. Und jetzt hier? Hallo? Okay, jetzt sitzt du ja gleich echt da nach oben. Aber wartet mal. Ich will noch mal ein bisschen, hier kann ich auch auf den Schädel rauf. Ja. Ich kann auch noch irgendwie... Guck mal, hier Spinnennetze und so was, ne? Ey, die kommt hier auch noch mal hin, die Spinne. Ich glaube das einfach nicht. Hier ist aber... Keine Made mehr. Okay, kann ich jetzt irgendwie mal ernst vorsichtig wieder runter? Skorpion, bitte. Oh, shit. Ja, er... Oh, shit. Nein, nein, nein. Jetzt bloß nicht festbaggen. Ich will hier bloß runter. Gut, ich nehme den herkömmlichen Weg, von dem ich gerade gekommen bin. Und ich gehe das jetzt noch. So. Ganz vorsichtig. Ja, ich muss da gleich hin. Aber erst mal nochmal hier... Ist aber, glaube ich, einfach nur eine Arena. Ah, hinter, hier, hinter. Guck mal, die Ecke sieht doch verdächtig aus. Aber hier ist nix. Okay. Ach, da hätte ich auch runtergekommen. So, ich wurde ja sonst... Aber guck mal, da ist zum Beispiel noch eine Made. Wie komme ich denn da hin? Durch die... Warte mal, muss ich jetzt doch durch den... Oder hier drüber krabbeln? Ja, bup, bup, bup. Aber wie komme ich denn da jetzt? Lauf ich da, lauf ich ja die Wand entlang. Da würde ich ja da ja nicht hinkommen. Ich muss jetzt hier irgendwie runter. Über das Horn. Ah, so, okay, gut. Schön. Ja, der hat ja wieder vorbeigelatscht, ey. Mir fehlt doch immer noch eine Blattschrecke. Fehlt hier auch noch. Mio. So. Ham, ham, ham. Ich hoffe, auf der anderen Seite ist aber nischt mehr. Nee, da ist bloß Kaktusland. Okay. Ich will nur noch zeigen, das schaffen wir heute noch, wie kreativ so ein Skorpion wird. Also, wenn es drauf ankommt. Ja, komm jetzt hoch hier. So. Ein bisschen fummelig hier. Ich fall bloß nicht runter. Wenn der runterfällt, ne? Krass, so aus. So, dann geht meinst du mal den Weg. So, den das Spiel auch möchte. Danke. Ganz vorsichtig. Wir haben schon eine Weile nicht mehr gespeichert und das wäre jetzt nicht so geil, das alles nochmal machen zu müssen. Hm? Nee. Dachte, ich hätte was gesehen. Hier nochmal, habe ich auch nichts gesehen. Ba, 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 ba. So, hier hoch. Wie nochmal? Oh. Oh, was ist denn hier? Ich muss, äh, eigentlich muss ich hier hin. Okay, ich muss hier hin. Da kann ich speichern. Warte mal, nee, drin. Dann erstmal kurz hier reingucken. Weil das ist dann wohl optional. Die letzte. Sehr schön. So, haben wir hier alle vier gefunden. Perfekt. Und die sind sogar nochmal zwei Maden. Ja. So finden auch nicht mehr viele hier. Gut. Gut, gut, gut. Dann hier mal win. Hier kann man ein bisschen nochmal schön speichern. Dann will ich auch sagen, es ist der Part vorbei. Es tut mir leid. So, das ist auch noch eine Maden. Komme ich da hin? Kommt natürlich jetzt. Doch, ich komme natürlich aber gleich hin. Oh, hier haben wir wieder schön viel Energie nachfreschen hier. Refreschen. Ach, das ist ein Traum. Hä? Ja. Nein, nein. Du brauchst ja nicht um Gnade winseln hier. Komm her. Ich werde dich schnappen. Wo bist du denn? So. Spring genau in mein Maul. Los. Wo bist du denn? Komm her. Ja. Okay, Leute. Ich hoffe, es war wieder spannend für euch. Da geht es beim nächsten Mal weiter bei Deadly Creatures, den tödlichsten Kreaturen, die in der Wüste jemals rumgekrabbelt sind. Und die es auch noch heute zu bewundern gibt. Leute, danke schön. Bis zum dann. Tschüss. Tschüss.